Silke bekommt schöne Dreadlocks und die Haare sind kurz, aber da werden wir sie verlängern, mit Kunsthaaren und die werden ganz schön sein, gell Silke? Danke für dein Vertrauen, bis dann. Das war eine ganz, ganz lange Marathon, gell? Ja, warum? So, zeig mal, zeig mal. Danke, danke schön, viel Spaß. Das war eine ganz, ganz lange Marathon.